Halli, Hallöchen, ähm, für diese Runde würde ich gern Medusa spielen. Bin mal gespannt, ob das auf geht. Necro... Ich wollte schon sagen, Necro ist ein bisschen doof. Draw ist auf jeden Fall... Oder Scar... Keine Random mehr. Partner... Moment. Am voll. Ich muss mal überlegen, nicht IO, komm schon. Batman ist mir egal. Draw wäre eigentlich besser. Oh, oh, Venom. Ember Spirit Random. Hoffentlich kriegt er den nicht gut auf die Reihe. Ne, mach mal so. Das ist besser. Einfach, da habe ich grundsätzlich mehr Damage. Oh, jetzt müsste ich eigentlich noch mal gucken. Da kamen einige Nachrichten. Wasst der. Ja, das ist alles neu, Herr. Es ist mega. O, wenn du eine Quota gemacht hast. Husker. Oh, shit. Ich brauche definitiv eine Lincolns. Definitiv. Definitiv. Halt das Spiel. Lincolns. Lincolns. Das erste, was ich brauche, ist eine Lincolns. Gut. Drei extra Targets. Was? Komm schon, man. Auf geht's. Vision. Vision on range. Vision on range. Split shot. Drei extra Targets. Nur. � All my pants! Snake's kiss! Gorgon's guide me! Bring me Lana! Meet my gaze! Dang it. Flesh me, Zemona! Power! Run, vermin! None can resist! Ah, shit, man. Fight for Lana! So, Lincolns. Wie doof das auch ist. Oh, Mirana hat sich... Yes! Yes! Impulse! Lock! Twist the murder! You're bound! Impulse! Hmm... Oh, mein Gott! Was ist denn ein Nervensäger? Ich bin unter attack. Ich bin unter attack. Ich bin unter attack. Ich bin unter attack. Dann sagen wir mal, einer mal hier... Awww... Dang it... Ach, vergiss es... Vergiss es... Ich hätte auf der Lane bleiben sollen... Hä? Schon wieder der? Hm... Oh... Stack... Komm schon, Mann! Komm schon, Mann! Komm schon, Mann... Bring' mir, Mann! Aaaaaaah! Shit, 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 shit! Hm. Ist das jetzt dein Ernst? Verdammte Axt. Hm. Fuck, man. Das geht mir auf die Nerven. Ich brauche unbedingt die Linkens. Ich brauche unbedingt Angriffsgeschwindigkeit. Damage oder Evasion. Evasion wäre gar nicht schlecht. Glockenze. Your middle tower is under attack. Nice kiss. Your middle tower is taking a dropping. Tremble. Aaaaaah. Thank god. Not yet. Here. Rise. Verdammte Axt. For honor. For honor. For honor. Meine Fresse, ich bin so langsam beim Angreifen. The enemy's middle tower has fallen. What's this? Dyer fortified their structures? Crawling. Gar. Ah, Fuck man. Fh, man. Fh... Den Tänzten. Double kill. Hmmm. Der hat die entsprechende Aura, das hilft. Oh Mann, ey. Leck. Du brauchst Hilfe, ich brauch Hilfe. Wir alle brauchen Hilfe. Oh shit, 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 shit. Oh mein Gott. Medusa ist nicht unbedingt für Turbo gedacht. Vor allem, wenn ich mir erst nach einer Linkens zusammenbauen will. Shit, Mann. Oh shit, da hat er jetzt... Alter. War das jetzt dann... Ernst? Oh shit, Mann. Nein. For fuck's sake. Ich... Warum hab ich nur 700 Leben bei Level 9? Das wär ein Easy Kill. Fuck. Der Linkens wird mir ja schon helfen, aber... Ich war mal schon lange im Dorn im Auge. Das ist ein Zahn. Das ist ein Zahn. Zahn. Hmm. Slytherin. Ballistic. Zwill. Gorgon's gut. So many bad is happening to your top tower. Your top tower is under attack. Komm schon, Mann! Komm schon! Komm schon, Mann! Komm schon, Mann! Wow, ist das an Ernst, jetzt? Dire Structures are fortified! Slytherin! Is there Shunner Radiance? Shunner Radiance. The irony is rich! Yes! Yes! Here comes the engines! Ähm... Ich schaff's eh nicht! Selbst wenn... I'm under attack! The snakes are silenced! Ah, shit! Hm, das tut weh! Slark mit dem Echo Subber! Was ich schon sagen, wenn ihr den jetzt nicht doomed, wär der echt schön doof! It's so cool! Was ich da? Was ich ein bisschen? Was ich da? Ah! Das ist so cool! Ich bin ganz schön! Ich bin ganz schön! Ah, das war lege. So. Oh, shit. Jetzt hast du gelitten. Tut mir leid. Aber mein Angriffsspeed ist einfach noch nicht. Hm. Wäre ganz gut, wenn du das nicht machst. So. Nice. Brauch ich halt mal Farmen, ne? Brauch ich Farmen, Angriffsgeschwindigkeit, aber Attackspeed habe ich schon. So. Kann schon die nächste Wave für dich noch haben. Butterfly, Moon Shard. Das werden wohl meine Nächsten sein. Einfach um Geschwindigkeit reinzubekommen. Drei sind da. Drei sind da. Zwei sind da. Oh ja, es bleibt nicht mehr viel. Die sind alle... Oh ja. Boom, sind alle? Okay. Okay. Komm schon, Mann. Wow. So, komm schon. Ja. Okay. Awww. Hm. Wollen wir behaupten, Medusa war jetzt nicht der Auslöser für die ganze Nummer. Drei, sechs. Hm. Da bin ich eher Doom gleich. Das ist doch schön. Schade, keine Haste ohne da. Sehr schade, dass keine Haste da ist. Ach schon, Mann. Jetzt müsste ich doch langsam hier mal... So. Schade. So. Ja. 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 Hm, ganz entspannt. Oh. Hm. Sieben Splitshot-Targets. Alter, das tut weh. Dann bist du bei zehn Targets, wenn du da nicht pushen kannst. Puh. Oh. Hm. Hm. Okay. Okay. Coordinator has currently been updated. Okay. Ähm. Tja. naja gut ich hoffe mal es wird gezählt ansonsten müsste ich noch mal mit medusa gewinnen der moment dauern aber vermutlich wird es gezählt von daher sehen wir uns in der nächsten runde und dann eventuell mit einem anderen helden eigentlich legion langsamer aber mal gucken